Ja, richtig. Noch mehr. Ey, das wird ein langer Kampf. Das wird ein sehr langer Kampf, glaube ich. Kommt schon, Leute. Macht mal hin, ey. Das wird sonst ein sehr langweiliges Let's Play. Schieß ihn tot. Schieß ihn tot. Schieß ihn tot. Schieß ihn tot. Nein, das finisch hebe ich mir für einen anderen auf. So. So, aufladen, aufladen. Mega-Jonen-Laser-Kanone ist hohle. Ist auf Doom. Oh ja, oh ja. Baby, das geht ab. In your face, kleines knuddeliges Ding. Bestimmt hat es noch Kinder und Familie, die es zu Hause versorgen müssen. Aber das ist mir egal. Sind halt alle tot dann. Ne, schau dir jetzt. Renn's weg. Ich hab's nicht umgebracht. Verlödes, kinderfreundliches Spiel. So. Oh, was ist das? Das töte ich auch. Oh, jetzt sind's zwei. Na gut. Von mir aus. Komm, ein bisschen kämpfen muss sein. Sonst ist es ja auch langweilig. Kann ich die ganze Zeit nur rumwenden. Igitt. Hört auf, mit Eiszappen auf mich zu schießen. Mach sie platt. Go, go. Bällchen. Bällchen in your face. Noch ein Bällchen in your face. Ja, bleib ruhig stehen. Wo ist das? Au. Das tut ja richtig weh. Ach, was ist das denn schon wieder? Okay. Das macht zwar keinen Sinn, aber gut. Autsch. Okay, ich muss einen kleinen Heildisk reinwerfen. Komm schon, schieß ihn weg. Zebra, schieß ihn weg. Haha, verfehlt. Komm schon, schieß. Schieß. Jawohl. Nochmal. Nochmal, komm schon. Das schaffst du. Autsch. Komm schon. Ja, super Ionenlaserkanone auf Doom. So, jetzt geht's aber ab. Das überlebst du nicht, du Drecksack. So, weiter geht's. Der nächste. Den machst du auch platt. Komm schon. Der hat nicht so viel Leben. Was sind das überhaupt für Dinger? Das sind Büsche mit Pferdeköpfen oder sowas. Autsch. Das hat weh. Vielleicht hätte ich mich mit ihnen nicht anlegen sollen. Das ist nicht gut. Der hat einen Pferdekopf und Busch. Davor. Davon. Dahinter. Ach, wieder. Jetzt greif an. Mach mal hinne hier. Vielleicht lernst du ja noch was. Oh, oh. Nein. 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 Ich hasse dich, Zimtaromon. Ich hasse dich. Du bist die Ausgebung der Hölle. Jetzt schieß ihn weg. Komm, zwei Schläge, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, schau, jetzt steht er so blöd da. Jetzt schieß halt. Du bist doch. Du bist doch. Du bist doch. Du bist doch. Nochmal. Nochmal. Noch ein Schuss. Noch ein Schuss. Noch ein Schuss. Noch ein Schuss. Das war das knapp. Naja, eigentlich war es nicht knapp. Eher ermüdend. Na gut. Mein P-Disk. Nein. Na gut. Ach. Er muss kacken. Aber zum Glück habe ich das mobile Camping-WC. zu bestellen in jedem Digimon-Laden eurer Bar. Ob ich irgendwas, was ich jetzt so schnell wegschmeißen könnte. Ach, egal. Frissen. Steak. Bist du jetzt satt? Hm. Ach. Frisst ja alles. Da, frissen Pilz. Bist du jetzt satt? Komm schon. Du bist immer noch nicht sattig. Ich weiß es. Ach. Okay, noch ein Pilz. Noch ein Pilz. Einer geht noch. Bist du jetzt satt? Jawohl. Da freut er sich. Der kleine Zentagum. Halb-Pferd, halb-Mensch. Nennen wir ihn Pferdemensch. 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 Er ist halb-Pferd und halb-Mensch. Pferdemensch. Pferdemensch. Er ist halb-Pferd und halb-Mensch. Super-Evading-Skills-Activate! Torpedo-Dschungel? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht helfen. Wie soll ich das hier mal lesen? Was bist du denn für ein gammeliges Ding? Geh weg! Wie soll ich dich? Du bist bestimmt böse. Oder? Du bist bestimmt haue. Guck, guck. Okay. Verprügelt ihn! Zeig ihm die wahre Macht von Centurumon. Denn bisher haben wir sie nicht gesehen. Hoffe ich. Ich hoffe, wir haben sie bisher nicht gesehen. Ich hoffe, das war nicht alles. Ach komm, den... Schau mir das an. Der rollt nur rum. Wie du ihn platt machst. Wie du ihn platt machst. Gib's ihm. Gib's ihm. Auf eine politisch korrekte Art und Weise. Ah, da kann ich... Kann ich mich zurücklehnen und zuschauen. Wie mein Centurumon. Ihn einfach wegbangt. Weil er einfach der Shit ist. Durch mein Training. Durch mein Wesen. Durch mich ist er zu einem besseren Digimon geworden. Sagen wir es mit dir. Wie ein Pater-Jelly-Ton. So. Das sollten wir durch die Brücke kommen, oder? Was ist das denn? Ein B-automat? Aha. Ja, okay. Ah, sind schon voll. Na gut. Oh, eine Brücke. Ach, nee. Dicke Brücke. Hm. Okay. Also, rechts ist schon mal ziemlich viel. Also, wir haben schon mal Digimon irgendwie hier reingeholt. Ich habe dich in die Stadt geholt und das Einzige, was du machst, ist in diesen Brunnen legen. Du faule Sau. Ach. Und was machst du? Fuck, ja, das war klar. Das war klar, dass du wieder blödes Zeug verliebst. Vielleicht erzählt der Brauer, der orange lecken muss. Erzähl mir was. Interessant. Nein, erzähl was. Wie so nutzlos. Vielleicht kann ich mir Fleisch holen. Das wäre schon mal... Oder ich könnte zum... Wie heißt der? Zum alten Mann-Mon da gehen. Und in Fragen... Digimon, genau. Was der mir denn zu erzählen hat. Der soll mich loben. Aber hallo. Hier, lobt mich. Betamon. Es möchte ein Geschäft eröffnen. Wer ist Betamon? Egal. Was willst du? Backemon. Ich habe jetzt nicht verstanden, was es gesagt hat. Ja, ich auch nicht. Was willst du? Die Stadt gedeiht. Ihr Wohlstand erreicht elf. Endlich nimmt sie Gestalt an. Jawohl. Hast du Fleisch für mich? Palme? Jawohl. Sehr gut. Ich habe mein Fleisch. Und jetzt gehe ich nach links. Habe ich euch ja immer noch nicht gezeigt. Richtig. Da war ich schon letztes Mal ein bisschen unterwegs. Digimon in World ist einfach riesig. Und es gibt so viel zu entdecken. Kaufzeug auf jeden Fall. Empfehlenswert. Not. Ein bisschen empfehlenswert ist schon. Also, ähm, ja. Jetzt, wer wo ich einfach mal blöd in der Gegend rumlaufe, kann ich es euch mal erzählen. Ich habe es mir so überlegt. Also, ich überlege auch manchmal, dass ich jetzt mehr, also in nächster Zeit, mehr Videos mache. Und, ähm, wahrscheinlich, wenn sie alle erst mal, also früher von, also zumindest früher bei, oh, was ist das? zumindest früher bei YouTube erscheinen und dann auf Game One. Auf jeden Fall habt ihr eine Folge immer mehr bei. Wobei ich das da auf jeden Fall auf 15 Minuten Clips aufteilen muss. Aber das macht ja nichts. Aber das macht ja nichts. Außerdem habe ich mir noch ein paar Spiele angeschaut und überlegt, was man noch so let's playen könnte. An Bär. Und da fallen mir schon ein paar Sachen ein. Oder anderem ein, ähm, Horror-Adventure. Ihr müsst wissen, ich habe ja sehr viel Angst vor, ja, Horror-Spielen. Kann ich nicht durchspielen. Ich glaube, ich habe bis heute immer noch nicht Dead Space durchgespielt, zum Beispiel. Obwohl es nicht so gruselig ist wie Silent Hill. Das habe ich nicht mal bis zur Mitte gespielt. Naja, mal schauen. Also wie gesagt, es wird nicht bei Digimon bleiben. Ihr werdet schreien, wer ein Mädchen. Aber das mache ich auch schon bei Digimon. Deshalb. Ihr werdet euch an nichts Neues gewöhnen müssen, sagen Sie. Ganz viele Pferde. Ähm, ja, das war es eigentlich im Groben und Ganzen alles an Infos. so zu den nächsten Neues, glaube ich. Auf jeden Fall, Stichpunkte sind YouTube, 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 YouTube. Danke, Mon. Also, Playtube. oh, nein, du bist doch... Rrrr. Du bist ein blödes Pferdezebra. Pferdezebra. Ich mache die aus die Pferdewurst. Kämpft auf Leben und Tod. Werden dich erzählen. Äh, ja, und dann werde ich wahrscheinlich noch mal andere Spiele ausprobieren und mal schauen, was mir gefällt. Das werde ich dann noch let's playen und ansonsten gibt es immer wieder kleinere Projekte. Wie gewohnt. Auf jeden Fall habe ich jetzt mir ein bisschen mehr Zeit für Spiele und für Aufnahmen. Das werdet ihr zu spüren bekommen. Schieß halt. Was ist denn jetzt so eine Pussy? Ja, ansonsten legen wir einfach, äh, machen wir einfach weiter und legen dieses Zebra hier auf den Boden und machen Pferdewurst raus. Zebrawurst. Komm schon. Bäm. Voll ins Horn gekriegt. Leg dich hin, du Teletabip-Pferd. Kack. Null. Tüpp, tüpp. Äh, vielleicht soll ich sogar einen Finischen. Mal schauen. Oh, da fällt mir ein. Mein Manner ist fast leer. Egal, komm. Mach ihn platt, mach ihn platt. Super-Eonen-Laser auf Doom. Ne, warte. Super-Eonen-Laser-Kanone auf Doom. Genau, Eonen-Kanonen. Ganz wichtig. Da hat er dich gebankt, was? Ja, da! Komm schon. Ich wusste es. Ich wusste es. Piledisk. Nimm mal mit. Oder nicht? Kann ich das nicht aufheben? Ach, wieso ist mein Drecks-Inventar so klein? Ich wusste es nicht. Vielleicht kann ich einfach das Fleisch mal weggeschmeißen. Jawohl. Hier, Fleisch weg. So, ähm. Uiuiuiuiuiui. Geht weg. Geht weg. Geht alle weg. Ah, geh weg. Hier war ich schon. Hier waren ein paar kleinere Digimon, die mir auf den Sack gegangen sind. Was bist du denn? Ein Hühnchen. Ganz viele Hühnchen. Ich will ein Chicken Ring. Äh, und hier war noch so ein kleines Digimon und überhaupt. Boah. Bin durch. Also, hier war ich noch nicht. Hier beginnt eine völlig unerforschte Gegend. Und schauen wir mal auf, was wir so stoßen. Uiuiuiuiui, was ist das? Was ist das? Ich geh mal nach unten. Vielleicht find ich da was. Der ist schon mal ein Pils. Das ist schon mal ein Pils.